Oh, kleines Erpi, herzlich willkommen. Uiuiui, wo bist du? Hörst du, Brubule? Ist der Kapu? Ja. Okay, entscheid du mal selber, ne? Kommst du nausi, wenn dir danach ist? Ich bin dicht dabei. Falls irgendwas nicht klappt, komm ich schnell. Okay. So, ihr Süßigkeiten. Ein Gast ist wieder da. Schön nett sein. Du auch, ja. Ihr habt ja schon wieder Sachen zu tun, ne? Konzentriert euch mal darauf. Jawohl, Stens. Okay. Bist du ein Mutig, ganz toll. Jawohl. So. Macht euch mal nett bekannt, hm? Du kleines Glatzkidink. Toll machst du das. Ganz klasse. Ihr macht das auch toll. Jawohl. Sehr schön. So, ist prima. Ein bisschen darfst du mit der Hausordnung wedeln, Kapu, ne? Aber das reicht dann auch. Jawohl. Nimm deine Flügel, hm? Wenn der dir zur Dichte kommt. Jawohl. Prima. Na, ihr drei Süßigkeiten. Das gefällt mir doch gut, was ich da sehe. Jawohl. Prima, prima, prima. Schön so weitermachen. Tolle Leute. Sehr schön macht ihr das. Super, prima, klasse. Drei putzige Leute. Jawohl. So darf das sein. Mhm. Genau. Okay. Was war denn das? Einmal die Gusche aufreißen? Mhm. Okay. Prima, prima, prima. Jawohl. Schön weiterputzen. Gut, macht ihr das. Viel Spaß noch.